Hi Leute, heute zeige ich euch, wie man dieses einfache Nudelgericht macht mit ziemlich viel Gemüse und es braucht nur eine Pfanne, also ist es perfekt, wenn man gerade keine Lust hat, was richtiges zu kochen, obwohl das schon was richtiges ist, aber ihr wisst, was ich meine. Zunächst benötigen wir ziemlich viel Gemüse und damit meine ich wirklich, wirklich viel. Alles, was hier drin ist, das ist ein Pfund Bohnen, eine große rote Zwiebel und da unten ist auch noch irgendwo eine Paprika und 400 Gramm Tomaten, also so Kirschtomaten und die tun wir jetzt alle in eine große Pfanne. Sie muss zumindest so groß sein, dass da noch Flüssigkeit reinpasst und dass da ungefähr noch so 400 Gramm Nudeln reinpassen, also das war bei mir schon wirklich knapp. Es hat aber funktioniert, aber im Zweifelsfall lieber etwas größer. Das Gemüse lasst ihr jetzt zunächst ein paar Minuten dämpfen und gebt danach einen Esslöffel Paprika-Edelsüß dazu und einen guten halben Liter Gemüsebrühe. Das scheint etwas wenig zu sein, wenn gleich die Nudeln dazukommen, es klappt aber eigentlich immer. Ich tue da jetzt Makaroni-Nudeln zu, Vollkorn, ihr könnt auch irgendwelche anderen Spiral-Nudeln nehmen oder so. Ich nehme mal, ja, so gute drei Viertel der Packung und tue das dann so ein bisschen drauf und das Gute ist, dass das Gemüse ja auch noch ein bisschen Wasser abgibt, während es kocht, was ihr jetzt für 20 Minuten tun müsst und danach sieht es dann gleich cool aus. Nämlich... So, das ist das Endergebnis und wenn ihr es noch ein bisschen dekadent haben wollt, könnt ihr getrocknete Tomaten dazugeben oder Oliven, ein paar Rosinen sind auch gut. Ja, geht ganz schnell und ist super lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und oder abonniert mich, weil es ist cool, weil es zusammen ist cool. Und wir sehen uns in einem nächsten Video und wenn ihr Lust auf weitere Rezepte habt, dann schaut euch die Playlist unter mir an, die ich verlinkt habe mit weiteren einfachen Rezepten. Wir sehen uns in einem nächsten Video und wir sehen uns in einem nächsten Video und wir sehen uns in einem nächsten Video.